Das heißt, ich will hier nicht jeden Lauf korrigieren. Beide Wacker sind neu am Schalldaten auf keine Seite. Das ist eben nicht richtig. Ja, wir sind ganz sicher, jetzt regnet es ein, weil ich dachte kurzzeitig eben hier noch den Loco, aber das ist das andere Gäste, das ist einer mit Luftkühlen-Headmotor. Auch für ihn, hier ist jetzt einfach ein Gast aus Frankreich auf der linken Seite, der Mitsubishi GTO. Beide noch ohne Zeiten, beide jetzt also mit dem ersten Anlauf auf den Weg ins Ziel. Ab die Race Days 2012, großer Teilnehmerantrag, große Markenvielfalt. Versteht zwar nicht, warum der Gäste jetzt in der 3000er-Statengruppe gelandet ist, die Marken offen ist, oder vielleicht wollen wir dazu. Die Leiterin-Headmotor gab es leider zwei, da die Autografie in der Helden, vielleicht ein großer Sechsamen. Vielen Dank.